Ich stehe hier heute mit Prof. Klaus Reichater vom Lehr- und Forschungsgebiet Neotektonik und Georisiken. Aachen gehört zu einem Erdbeben-Risikogebiet, habe ich mir sagen lassen. Stimmt das? Das stimmt, ja. Wir liegen in Deutschland hier in der Erdbebenzone Nummer 1. Das heißt, wir sind sehr stark gefährdet. Das beruht natürlich auf statistischen Erfahrungen, auf historischen Erdbeben, auf vergangenen Erdbeben und auf der rezenten Seismizität. Woran liegt das, dass in unserer Gegend häufiger Erdbeben vorkommen? Wir sitzen hier im Niederrheingraben. Der Niederrheingraben ist quasi die Auswirkung des Alpendrucks. Die Alpen falten sich auf und die Kräfte werden ins Vorland übertragen und es hängt sich hier ein Graben ein. Den Graben kennen wir, wenn Sie nach Eschweiler fahren oder sowas, geht es nach unten Richtung Düren. Und das sind aktive Störungen und die produzieren die Erdbeben. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass demnächst wieder ein Erdbeben stattfindet? Die Erdbebengefahr in Aachen ist eigentlich permanent da. Diese Störungen, von denen ich gerade erzählt habe, das sind Intraplattenstörungen. Wir wissen nicht ungefähr, wann die wiederkommen, aber die Wiederholraten sind extrem hoch. Das heißt, wir reden von Tausenden bis Zehntausend Jahren ungefähr. Und Sie reden von größeren Beben. Jetzt war ja zum Beispiel 1992 und auch in 2003 waren hier kleinere Erdbeben. Könnte sowas häufiger vorkommen? Ja, also dieses 1992er Beben, das war 5,4 auf der Richtermagnitude hier, lokal vielleicht sogar bis 5,9. Wir erwarten eigentlich sogar noch ein bisschen was Größeres. Wir haben ein historisches Beben in Düren, das ist 1756 gewesen. Das war etwas stärker, so 1656 6,3 oder auch eins bei Verviers 1692. Das war auch so um 6,3, 6,5. Und das ist das, was wir so erwarten. Das wäre vergleichbar zu dem, was wir jetzt dieses Jahr in Italien erlebt haben. Amatrice, L'Aquila und das Beben eben gestern. Und wie sollte man sich am besten verhalten, wenn ein Beben auftritt? Ja, es gibt einige Verhaltensmaßnahmen. Prinzipiell ist es so, dass wir ja nicht vorhersagen können. Also Erdbeben können nicht vorhersagen werden an Ort, Stelle und Raum und auch nicht in der Stärke. Das heißt, man muss vorbereitet sein. Man sollte einen Raum aufsuchen, wo man sich schützen kann. Also die Regel heißt, man schützt sich irgendwo unter einem Tisch. Man versucht einen Hohlraum zu generieren und nimmt den Arm in den Nacken und hart aus und wartet erstmal ab. Also nicht in Panik verfallen, auf keinen Fall rausrennen aus dem Gebäude, sondern erstmal einen Raum suchen, wo man sich schützen kann vor herabfallenden Teilen. Danke für das Gespräch. Ja, bitteschön. Gerne wieder. Danke.